Eine extrem wichtige Botschaft von den Sirianern. Darum geht es heute und was die neue Aufgabe, die neue wichtige Aufgabe der Sirianer ist und was das alles mit uns zu tun hat, das erfährst du gleich in meinem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana-Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eines der größten Portale für Webinare im spirituellen Weiterbildungsbereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du jetzt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke dir sehr dafür. Ja und heute geht es um diese extrem wichtige Botschaft der Sirianer und ich freue mich sehr, dass ich diese euch heute überbringen darf. Vorher möchte ich euch gerne ein bisschen was über Sirius erzählen, für alle die, die es noch nicht so genau wissen. Sirius ist auch als Hunsstern bekannt oder als Überbringer der Nilflut von Ägypten. Sirius besteht aus Sirius A und Sirius B und ich kann euch versichern, auf diesem Planeten ist ein reges Leben in der höheren Dimension. Also dort ist man sehr aktiv. Die Sirianer sind eng verbunden mit den Pleiadern und sie gehören auch der Galaktischen Konföderation an und sind natürlich dann bei diesen Beratungen immer dabei und unterstützen uns Menschen so sehr, wie sie nur können. Sie lieben die Menschen, das kann ich euch sagen und das ist einfach wundervoll. Und sie sind dafür da, um uns in die höheren Dimensionen zu begleiten. Im Moment steht ja die fünfte Dimension an und ich kann euch auch sagen, dass die Sirianer, sie sind Aufstiegsspezialisten. Sie haben bestimmte Technologien erarbeitet, die sie uns zur Verfügung stellen werden, jetzt in dem Channeling, was wir auch gleich hören werden. Und das Hintergrundvideo soll diese galaktischen Downloads symbolisieren, die wir von den Sirianern bekommen werden. Also es ist unheimlich viel im Gange, es geschieht sehr viel im Universum und man beobachtet ja auch die Erde in ihrem Wandel, in ihrem Prozess des Aufstiegs. Es ist ungeheuer viel los und ihr sollt einfach wissen, wir sind nicht alleine und die Sirianer und auch die Pleiader, die haben ja alle schon den Aufstieg hinter sich. Die haben diese Erfahrung schon gemacht und deswegen sind sie bei uns und können uns auch sehr gut helfen. Die Sirianer sind sozusagen die Meister in der Aufstiegstechnik und sie sind auch die Meister in der Genetik. Das bedeutet Genetik, damit ist gemeint die DNA. Sie helfen uns also auch sehr gerne dabei, dass sich unsere DNA einstellt auf die höheren Dimensionen. Denn sobald du deine DNA regeneriert hast und ausbaust, sodass sie wieder so wie früher wird, hast du viel mehr Zugriff auf dein Wissen und Zugriff auf das Aufstiegsgeschehen oder auf die Energien, die wir benötigen, damit der Aufstieg sich auch schön und gut vollziehen kann. Es ist also jetzt gerade sehr, sehr viel im Umbruch und die Sirianer haben gesagt, sie sind für uns da. Sie sind auch da für die Tiere und für die Pflanzen, für die ganze Erde. Also es geht jetzt nicht nur um uns Menschen, sondern sie werden praktisch dem ganzen Geschehen auf der Erde, werden sie unterstützen, dass dies alles reibungslos vor sich geht. Sie sind praktisch die Auserwählten in dieser Konföderation, die ihre besonderen Technologien uns zur Verfügung stellen. Und ich selbst, ich war auch schon oft auf dem Sirius und bin dort rumgeführt worden und habe dort ganz viele Führungen bekommen, ganz viele Einsichten und war auch in der riesengroßen Bibliothek, die dort ist, diese Bibliothek des Wissens, wo das auch mit der DNA-Umstrukturierung steht und wo ich ganz viel lernen durfte. Und das alles ist auch in meine Webinare eingeflossen, wo ich zum Beispiel mit euch zusammen das DNA-System regeneriere und ausdehne und anpasse an die neue Zeit. All das stammt, dieses Wissen von Sirius. Und ich bin, ehrlich gesagt, ich bin sehr gerne dort, weil es ist so ein liebevolles Verhältnis, so ein toller Umgang. Also ich begebe mich medial dorthin über das Channeln. Und wer gerne von euch wissen möchte, wie man mit den Sirianern in Kontakt kommen kann, wie man mit ihnen sich unterhalten kann, der schaut einfach mal unter das Video. Dort habe ich einen Link eingefügt, wo ihr euch informieren könnt. Ja, und insgesamt wissen natürlich diese Wesen, diese lichtvollen Wesen, auf was es darauf ankommt. Und die Sirianer haben sich innerhalb des Universums im positiven Bereich weiterentwickelt. Natürlich gibt es auch Menschen, die immer wieder das Negative sehen und Angst vor dem Negativen haben. Das braucht ihr in diesem Fall nicht zu haben, denn wir werden uns nur mit den positiven Energien des Universums in den höheren Dimensionen der Liebe verbinden. Und von daher haben wir eine ganz tolle Basis, um eben diese extrem wichtige Botschaft zu empfangen. Die Sirianer, sie helfen uns oder den Menschen deswegen, weil sie sehen auf der Erde ein ganz großes Potenzial, dass das Licht sich dort installieren kann, hat es ja schon gemacht, und dass wir aber in die höheren Dimensionen mit der kompletten Erde kommen können. Und das ist ja auch deswegen ein Schulungsplanet, weil wir ja alle versprochen haben, die wir hier sind, bevor wir auf die Erde kamen. Wir möchten dabei sein und dazu helfen. Und deswegen werden wir schon seit eh und je von Sirius unterstützt. Wichtig ist auch zu wissen, die Sirianer möchten uns zusätzlich unterstützen, unseren freien Willen auszuleben, leben zu können, zu fühlen und zu spüren. Das ist etwas Wundervolles und das wird jetzt auch im positiven Sinne einfach unterstützt. Wir werden spezielle Frequenzen brauchen, um in die höheren Dimensionen hineinzukommen. Diese Frequenzen werden uns vom Sirius zur Verfügung gestellt in diesen Downloads. Das sind die Lichtstrahlen der Downloads, die sie uns übermitteln werden. Und das hilft uns wiederum, uns weiterzuentwickeln, unser Bewusstsein zu erhöhen und beim Aufstieg, beim Übergang zu wirken und anderen Menschen zu helfen. Dieses Erwachen, was jetzt gerade, und mich schauert es gerade am Körper so sehr, was jetzt stattfindet und was durch die Situation auf der Erde auch Fahrt aufnimmt. Ja, dieses Erwachen wird immer mehr Menschen betreffen und dann ist es wichtig, dass auch wiederum andere Menschen da sind, die mit dem höheren Bewusstsein die erwachenden Menschen aufnehmen, unterstützen und mit ihnen zusammen diesen Weg gehen. Und all das sehen die Sirianer und darum sind sie hier, um uns einfach zu helfen. Und wer von euch noch mehr über Sirius und die Sirianer erfahren möchte, es gibt einen Blog-Eintrag, den du nachlesen kannst. Und auch für alle, die gerne lesen, dort bekommst du noch sehr viele wichtige Informationen. Schau einfach mal unter das Video, dort habe ich den Link reingemacht, da kannst du dich weiter informieren. Wichtig ist auch noch zu wissen, wir sind alle ein Teil der großen Schöpfung. Auch die Wesen vom Sirius oder die Wesen von den Pleiaden, von allen wichtigen Wesen im Universum und uns Menschen und der Erde und dem Planeten, all das ist Teil Gottes Schöpfung. Und das ergibt richtig Sinn, das ist etwas Großes und Ganzes. Und wir sind ein kleines Puzzleteil davon. Und jeder einzelne Mensch ist wichtig. Und wir erhalten jetzt gleich diese Botschaft und ich freue mich schon so richtig drauf. Denn wir werden diese große Liebe auch spüren. Und das ist genau das, was uns weiterbringt, ihr Lieben. Ich sprühe mich mal ein. Ich habe von der Sternensaat ein Spray gemacht. Das hilft mir leichter, mich mit diesem Wesen zu verbinden. Und auch leichter in die Kraft zu kommen. Und deswegen benutze ich das so gerne. Und es fängt schon an, die Energie zu fließen. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Jetzt gleich bei der Botschaft. Wir sind die Wesen vom Sirius. Und wir begrüßen dich, lieber Mensch, mit einer Welle des Lichtes und mit einer Welle der Liebe. Du bist heute von deiner Seele hierher geführt worden, um diese Botschaft zu empfangen, die so sehr wichtig für euch ist. Ihr befindet euch im Moment in einer besonderen Phase. Denn in dieser Phase, die jetzt aktuell geschieht, werden immer mehr Menschen aufwachen. Und genau das ist so wichtig, um all das, für das ihr inkarniert seid, zu unterstützen und um weiter voranzukommen. Und so habt ihr die kritische Masse erreicht. Was jetzt noch kommt, durch das große Erwachen vieler anderer Menschen, das ist diese große Kraft, die alles antreiben wird. Und so sind wir bereit, euch jetzt auch die Downloads zu übergeben, die es benötigt, um durch diese Zeit gut hindurch zu kommen. Und die es benötigt, um mit voller Kraft hineinzugehen in die fünfte Dimension. Wir wissen, dass dies nicht von heute auf morgen geschehen wird. Und wir bitten dich auch, geduldig zu sein und nicht unter Druck zu geraden. Wir bitten dich auch, all das, was auf der Erde geschieht und was weniger lichtvoll ist, nicht zu beachten. Sondern wir bitten dich, immer, soweit du es kannst, auf dein Herz zu hören, auf dein Innerstes, auf deine Seele. Denn dann wirst du diese Kraft der Downloads intensiv spüren können. Es werden heute viele Menschen mit dieser Energie und mit deiner Hilfe bestrahlt werden. Und diese Downloads sind dafür da, das Erwachen zu unterstützen. Es ist extrem wichtig, dass du heute da bist. Denn es wird auch deine DNA mit der Hilfe der syrianischen Technologie bestrahlt. Und mit dieser Hilfe wirst du angehoben in deiner Wahrnehmung und in deinem Empfinden. Also wir haben uns wirklich sehr gut vorbereitet, um dir die größte Hilfe zur Verfügung zu stellen. Wir haben alles, was auf der Erde geschieht, analysiert und ausgewertet. Wir taten dies im großen galaktischen Rat, im Forum zusammen mit anderen Wesen, die mit uns für euch zusammenwirken. Und so ist dieser Download entstanden, welchen wir dir jetzt zur Verfügung stellen werden. Wenn du einverstanden bist, diesen Download zu erhalten, dann sprich bitte ein inneres Ja aus. Wir werden dieses Ja wahrnehmen und dich dann zu uns in die Energie des Sirius hineintragen. Und mit deinem inneren Ja beginnen wir nun, deine Seele zu tragen. Wir kommen über die Linien der Zeit direkt in die Energie des Sirius. Und dort gibt es einen speziellen Platz, welchen wir für dich vorbereitet haben. Und trete einfach ein in diesen Raum, wo es keine Zeit mehr gibt, wo die vollkommene Liebe dich empfängt. Und nun setze dich auf den goldenen Stuhl, welchen wir für dich aufgestellt haben, damit du es bequemer hast. Denn nun beginnen wir mit dem galaktischen Download, der dir helfen wird, durch die Zeiten des großen Wandels gut hindurch zu kommen. Und so beginnt nun, die Energie zu fließen. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und genieße, was jetzt geschieht. Untertitelung des ZDF, 2020 So haben wir mit diesem Download begonnen, dein Energiesystem sanft umzubauen. Du befindest dich in einem großen Prozess der Bewusstseinserweiterung. Und wir haben die Technologien, um dir beizustehen. Und vielleicht kannst du spüren, wie dein Energiesystem sich sanft verändert. Und wir werden dir versichern, dass du jedes Mal, wenn du zu uns kommst und diese Botschaft hörst, dass wir jedes Mal ein wenig mehr an deinem System arbeiten werden. Es wird alles so geschehen, wie es gut für dich ist, denn wir wirken zu deinem allerhöchsten Wohle. Und mit dem Einverständnis deiner Seele bekommst du genau das, was wichtig und richtig für dich ist. Und so wurden die Energien übertragen, dein Lichtkörper wurde ausgedehnt und in seiner Energie angehoben. Wir sehen deine Aura leuchten und wir wissen, dass alles zu deinem allerhöchsten Wohle geschehen ist. Und so führen wir dich jetzt sanft, aber sicher wieder zurück in dein Hier und Jetzt und verabschieden von uns, von dir, voller Liebe und voller Vertrauen. Denn wir wissen, dass alles gut werden wird. Und du, mein lieber Mensch, du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, im Hier und Jetzt an, bewegst Hände und Füße, spürst deinen Körper und bist wieder ganz da. Ich soll euch noch etwas sagen. Und zwar haben die Sirianer gesagt, wir sind alle eins. Wir entspringen der gleichen Quelle und Gottes Liebe begleitet uns. Das ist so eine schöne Botschaft. Ich bedanke mich so sehr bei Sirius, bei den lichten Wesen, für diesen Download und für die wichtige Botschaft. Und ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst und teilgenommen hast. Und wenn dir die Botschaft gefallen hat und du immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, indem du hier auf die Kugel klickst und auch die Glocke aktivierst. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Alles Liebe. Tschüss.